Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video bei eurem Hansa Fan und ja, es ist wieder soweit. Das neue FIFA steht in den Startlöchern, aber Moment, das heißt ja gar nicht mehr FIFA. Das heißt jetzt EAFC24 oder EAFC24, keine Ahnung wie man es nennen will. FC24 kommt raus, das neue der Nachfolger von FIFA. Ja, und so wie ihr mich kennt, gibt es bei mir natürlich wieder eine neue Karriere, logischerweise. Und allerdings möchte ich mal ein bisschen so auf Stimmenfang gehen, beziehungsweise so mit meiner Meinung reinholen. Denn ich persönlich muss ehrlich sagen, ich weiß noch gar nicht, mit wem wir die neue Karriere starten sollen. Seit ein paar Jahren sind wir ja dauerhaft dabei, immer richtig coole Karrieren zu starten. Angefangen vor ein paar Jahren mit Union Berlin in FIFA21, weiter ging es mit dem HSV in FIFA22, jetzt zuletzt Borussia Mönchengladbach in FIFA23. Und jetzt, wer wird der Verein für EAFC24 werden? Das ist die große Frage und da würde ich gerne mal von euch wissen. Schreibt mal in die Kommentare, worauf habt ihr Bock als langjährige Zuschauer? Wie lange seid ihr schon auf meinem Kanal mit dabei? Denn ich mache ja Karrieren schon ganz, ganz lange. Aber so seit FIFA21. Union Karriere sind so ganz, ganz viele neue Leute dazu gestoßen. Und ja, ich würde gerne mal eure Meinung dazu hören, mit wem wir gerne starten wollen würden. Ich habe da so ganz viele Sachen im Kopf, ich werde aber mit Absicht noch kein Verein sagen, sondern ich will mich ganz einfach von euch inspirieren lassen. Es ist auch keine Abstimmung oder so geplant, sondern einfach so, was so der große Meinungsspiegel von euch aussieht. Und für alle, die mich eben noch nicht kennen, ich bin der Kevin, riesengroßer Hansa-Fan, wie ihr mich kennt, regelmäßig auf YouTube seit über 10 Jahren mittlerweile am Start. Auf Twitch auch regelmäßig am Start. Neben FIFA und Fußballmanager bin ich auch wöchentlich zu sehen und gebe meine ganz feine Meinung zu den Ergebnissen des FC Hansa-Rostock zu Buche. Ja, also wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst gerne ein Abo da, lasst gerne ein Like da auf dem Video. Und ich will natürlich noch mehr von mir erzählen. Ja, das ist alles ungeskriptet, auch das bin ich. Und was ihr bei mir noch erwarten könnt, sind Karrieren, die jetzt nicht innerhalb von zwei Monaten abgeschlossen sind. Wir nehmen uns jetzt hier einen Drittliga-Verein und binnen kürzester Zeit holen wir uns etliche Spieler, etliche Jugendspieler ran. Und am besten die Spieler mit dem meisten Potenzial, um so schnell wie möglich aufzusteigen, um so schnell wie möglich den Titel zu gewinnen, um so schnell wie möglich Pokalsieger zu werden und um so schnell wie möglich die Champions League zu gewinnen. Nein, bei mir gibt es keine Sprint to Glories oder derartiges. Bei mir gibt es FIFA-Karrieren im Langzeitformat. Nämlich, das ganze Ding soll nachhaltig sein, das ganze Ding soll uns möglichst das ganze Jahr über begleiten und deswegen stellen wir auch immer wieder so eine Verbindung zu diesem Verein her. Und mittlerweile gucken etliche Zuschauer von etlichen Vereinen hier mir dabei zu, weil sie einfach Bock drauf haben. Und das freut mich, denn ich bin ein ganz großer Verfechter davon, Fußballkarrieren, sei es Fußballmanager oder eben FIFA oder jetzt eben EAFC, möglichst realistisch zu spielen. Ich bin nicht derjenige, der einfach so holt, oh guck mal, ich habe ja das und das Geld, ich nutze jetzt mal das aus, dass FIFA das so verbuggt hat und der hat eine Ausschussklausel, den hole ich mal für ganz günstig Geld oder so. Oder der hat ganz großes Potenzial, den hole ich mir jetzt, den musst du holen. Klar, ich höre gerne auf Transfervorschläge von euch, denn ihr seid sozusagen meine Scouts in diesem Fall. Aber ich bin jetzt nicht derjenige, der alles holt, nur weil das jeder holt und weil er ein super Spieler ist, laut FIFA-Statistiken. Nein, ich bin da gerne, der realistisch spielt, situationsbildend realistisch, klar, wir hatten zum Beispiel in der Gladbach-Karriere am Ende einen Toni Kroos geholt. Der war allerdings dann schon ein Jahr vereinslos, deswegen konnte man es quasi in der Hinsicht realistisch machen, dass er jetzt ein Jahr ausgesetzt hat und dann sagt, oh komm, ich hänge noch ein Jahr Fußball dran und wechsle nochmal in die Bundesliga zu einem Verein, der gerade die Champions League erreicht hat. Das war so dieser situationsbedingte Realismus. Dementsprechend, das möchte ich so weiter verfolgen. Wer auch Bock hat, ist bei mir herzlich willkommen. Es wird jetzt keine täglichen Videos oder so geben, sondern ich mache das Ganze immer noch nebenbei, nehme einen 40-Stunden-Job und muss gucken. Dazu liegt mir das Stream auch sehr am Herzen auf Twitch, da bin ich wöchentlich mindestens ein- oder zweimal die Woche live und da zocken wir auch so bestimmte Sachen. Aber das ist so das, was ihr mir erwarten könnt und deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr eure Meinung, worauf ihr Bock habt, eine langfristige Karriere mit realistischen Sachen, natürlich nicht gleich Bayern oder Dortmund nehmen. Klar, ist natürlich aufwendig viel zu sagen, nimm mal das, mach daraus mal was. Bin ich auf jeden Fall offen dafür, das zu machen, ganz keineswegs. Also ich bin offen für alles. Ich bin mittlerweile sogar offen für eine Karriere mit meinem Herzensverein, mit dem FC Hansa Rostow. Ich habe mich da jahrelang dagegen gesträubt, aber mittlerweile habe ich da doch schon irgendwo ein bisschen Bock drauf, wenn die Merza sagt, komm, mach das einfach mal. Denn bin ich tatsächlich vielleicht am überlegen, das sogar für die YouTube-Karriere zu machen. Ich habe das in den letzten Jahren auf Twitch als Live-Karriere immer wieder gemacht, um mit euch das zu machen. Aber so als YouTube-Karriere, weil YouTube-Videos, die sind ein bisschen anders aufgebaut als die Karrieren, die ich im Livestream zocke, weil ich da halt doch ein bisschen von dem Realismus abweiche, aber halt nicht komplett von meiner Linie. Aber die YouTube-Karrieren sollen halt langfristig gehen. Da soll nachhaltig langsam was aufgebaut werden mit den Resonanzen der Zuschauer und so weiter. Und ich habe mich immer dagegen gesträubt, mit Hansa zu spielen, weil ich halt sowas von an Hansa hänge. Ich interessiere mich sieben Tage die Woche für Hansa und weiß genau, was bei den Spielern abgeht. Ich würde mich sowas von schwer tun, mich von irgendeinem Spieler in FIFA zu trennen, weil der am Wochenende wieder für meinen Verein auf dem Platz steht. Das ist so für mich ganz, ganz komisch. Aber mittlerweile bin ich da so ein bisschen drin. Mittlerweile kann ich das so ein bisschen trennen, so diese Fiktion in FIFA und die Realität am Wochenende. Das kann ich mittlerweile trennen, so langsam. Also wenn ihr auf jeden Fall eine richtig realistische Karriere sehen wollt, dann glaube ich, werdet ihr bei Hansa bei mir sehr richtig. Aber wie gesagt, es steht noch nichts fest. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Gerne ein Zweitliga-Verein, wo ich, was ich gleich schon mal sagen kann, ein Drittliga-Verein reizt mich jetzt nicht so sehr, weil ich finde, die Dritte Liga ist immer sehr, sehr zäh, auch mitgehen, diese zweite Mannschaften zu spielen. Wenig Originalstadien. Ich bin da wirklich einer, der das Ganze sehr authentisch mag. Deswegen Tormusik, Vereinshymne, Originalstadien am besten noch. Das feiere ich so richtig. Aber wie gesagt, haut mal gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich bin sehr, sehr gespannt drauf und würde mich freuen, wenn wir uns, ja, demnächst, nächste Woche wird es losgehen bei mir, in einem ersten Video sehen zum EAFC 24 Karrieremodus-Video. Daher, ja, haut in die Tasten. Macht's gut, euer Answer-Fan. Ciao, ciao. Wenn ihr Fragen habt, fragt in die Kommentare. Fertig. Ciao, ciao.